Musik Ich war noch nicht hier. Das ist das erste Mal hier. Das ist insane. Das ist ja crazy. Gott kann dich schaffen, nicht auf dem Hochbett. Ich muss nicht auf dem Hochschule schlafen. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Wir haben so viele Videos an mir. Jordan 5er. Burgundy Red. Raio Web Tracksuit. Pauli Chain. Welche Marke ist er? Supremi. Gucci Socken habe ich auch noch. Behind the scenes. Eigentlich muss so ein Frontflip rein. Wir kommen zum Vlog hier. Wir sind jetzt auf jeden Fall fünf Tage hier. Wir hoffen, dass wir gutes Snowboarden können. Auf jeden Fall hoffen wir auf eine schöne Zeit, auf ein schönes Miteinander. Aber natürlich nicht nur beim Snowboarden. Wir hoffen auch auf gutes Essen. Weil das war bis jetzt nicht so der Fall. Willkommen zum Vlog. Und jetzt gehen wir auf Snowboarden. Und wir haben eine Challenge für heute. Wir wollen den Vitelli Turn hitten. Wir freuen uns, dass es so toll ist. Wir sind jetzt am Spot, wo letztes Jahr die Begrüßung zum Vlog gemacht wurde von Matteo. Wir sind schon ein paar Mal gefahren, aber wir fahren jetzt wahrscheinlich Thumb Park. Oder Lorenz, was willst du noch mal lernen? Aktuell ein neues Ziel. Ich weiß nicht, ob ich Frontflip schon gesagt habe. Frontflip war ein Ziel. Jetzt will ich Vitelli Turn, möchte ich auch lernen. Ich habe keine Ahnung was es ist. Ich möchte auch Frontflip lernen und Vitelli Turn easy. Das Ding ist, ich lehne mich zwar rein beim Vitelli Turn. Ich habe auch noch Grip die ganze Zeit auf der Cante. Aber sobald ich ein bisschen so einen Winkel habe, reiß es halt ab, weil ich habe viel zu große Füße für dieses scheiß kleine Board. Deswegen fokussiere ich mich jetzt nicht mehr so offiziell. Ich werde schon noch probieren, wenn es halt geht. Das schneit. Ja. Ich werde es nicht mehr kontrollieren. Ich werde es nicht mehr so auflle vài truthigen. Ich werde es nicht mehr so auf. Ich werde es nicht mehr so überbear. Ich werde es nicht mehr so mit dem Kopf." Das ist die ganze Zeit. Das ist mein Leben lang. Ich habe mich einfach nur reinklickt und hatte meine beide Hände so am Boden, war halt noch so irgendwie, ich habe es nicht geschafft, mich gerade zu schränken. Aber Jan, wo hast du das gelernt, bitte? Es gibt so einen Snowboard-Simulator. Jetzt ist keiner aus dem Zimmer gerippt. Wir sind gerade am Gipfel, hier ist gerade die Aussicht, aber wir fahren jetzt auch runter, weil es ist schon fast 13 Uhr. Wir treffen uns um 13 Uhr, wir finanziieren die Aussicht so. Ich bin auch gerade am Interview und es ist wunderschön. Das ist crazy. Kannst du mal die Lage beschreiben? Arsch, unfassbar. Wir waren ins Skifahren ein paar Stunden. Es ist jetzt 13 Uhr und 42. Ich bin müde. Alles ist weh. Ich bin ziemlich abgef***t. Natürlich eigentlich was. Von eins bis zehn, bitte. Zehn, Digga. Zehn war wirklich super. Ehrlich. Schnee. Es war schon nice zu fahren. Ja, ja. Hast du auch einen Funpark? Ja, 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 ja. Hast du Jumps gespürt? Ein bisschen. Danke dir. Das ist jetzt nicht mehr der Tunnel. Das ist auch die Falsche. Da unten ist unser Hotel. Da ist unser Zimmer. Ja. Ja. Hast du.